Sehbehinderte und blinde Computer- und Internet-User. Ein Kurzfilm zur Barrierefreiheit. Accessibility. Von der Universität Bern. Institut für medizinische Lehre. www.usability.unib.ch. Copyright 2007. In den folgenden Szenen werden wir Thomas Lanter in seiner Wohnung beobachten. Er macht sich in der Küche mit dem Kaffeeautomaten einen Kaffee. Detailbeobachtungen verraten, dass er schlecht sieht. Zum Beispiel kontrolliert er den Kaffeefluss aus der Maschine mit den Fingern. Er nimmt dann die Tasse und geht durch den Gang in sein Büro, stellt die Tasse auf sein Pult, startet seinen PC und setzt sich. Sobald der Computer bereit ist, startet er das Programm ZoomText und stellt die Farben auf Inverse, um dann im Outlook E-Mails zu lesen, die er sich zusätzlich vom Screenreader vorlesen lassen wird. Während dieser Szenen erzählt die Off-Stimme die Synopsis dieses Films. Computer und Internet sind auf den ersten Blick vor allem visuelle Medien. Sehbehinderte und blinde Benutzer, die den Bildschirminhalt nur schlecht oder gar nicht visuell wahrnehmen können, setzen technische Hilfsmittel ein. Diese werden in diesem Film vorgestellt. Damit diese Hilfsmittel effizient eingesetzt werden können, müssen die Informationen in Programmen und Internetseiten semantisch und technologisch korrekt aufgebaut sein. Man spricht von Accessibility. Der deutsche Begriff heißt Barrierefreiheit. Thomas Lanter hat sich gerade einen Kaffee gemacht. Er hat krankheitsbedingt sein Augenlicht fast ganz verloren. Auf einem Auge ist er blind, auf dem anderen hat er eine Restsicht von 2%. Für normalsehende Menschen ist es schwierig einzuschätzen, was eine Restsicht von 2% bedeutet. Thomas Lanter kann sich in Räumen und im Freien orientieren, aber die Gesichter von Menschen nicht erkennen. Bildschirminhalte kann er in starker Vergrößerung und ausgewählten Farbkontrasten ablesen. Wir durften Thomas Lanter besuchen und uns seinen Zugang zu Computer und Internet vorführen lassen. Im Verlauf des Films werden wir Jörg K. Thomas, einem blinden Computer- und Internetbenutzer, über die Schulter schauen. Wir danken Jörg K. Thomas und Thomas Lanter für die Bereitschaft, uns ihre Computernutzung zu demonstrieren. Wie hat sich ihre Sehbehinderung entwickelt? Also, ich kann ihn normal sehen. Ich hatte einen Job, alles normal. Ich bin sogar Autofahrer, Militär gemacht usw. Und in der Zwischenzeit ist es einfach so, dass ich einem Auge, im rechten Auge, ganz blind bin. Also gar nichts sehe. Und im anderen sehe ich, man sagt, im Zählen. Also es ist unter 2%. Also dann ist die Frage, wie viele Finger sehen Sie hier? Wie viele Finger sehen Sie? Also für den PC arbeite ich mit dem Zoom-Text. Man sagt, es heisst genau Zoom-Text-Reader. Ich habe jetzt gerade die neueste Version. Die brauche ich. Das ist 9.1. Das heisst, mit dieser kann ich mein Defizit entsprechend ausbalancieren. Ich brauche jetzt Inverse. Ich mache aus allem Schwarz, mache ich Weiss. Und was Weiss ist, mache ich Schwarz. Und so sehe ich es optimal. Und kann eigentlich am Computer arbeiten, wie du und ich. Also wie jeden anderen auch. Es kann aber sein, dass andere Leute, zum Beispiel mit Rot oder anderen Farben haben, dann kann man die Software auch entsprechend ein persönliches Bedürfnis einstellen. Während dieser Ausführungen ist Thomas Lanta im Internet gesurft. Unter anderem auf der Startseite von Google. Im Fokus unserer Kamera waren die Bildschirminhalte. Was in diesen Sequenzen auffiel, ist, dass durch die inverse Farbeinstellung Googles Hintergrund schwarz, anstatt wie gewohnt weiß war. Und dass die Bildschirminhalte stark vergrößert dargestellt wurden, sodass jeweils nur ein Teil der jeweiligen Internetseite auf dem Bildschirm Platz hatte. Ein Viertel oder ein Achtel. Trotz dieses kleinen Ausschnittes erlangt Thomas Lanta in Kürze den Überblick auf einer Seite, indem er durch Mausbewegungen und Tastenkombinationen die Position dieses Ausschnittes sehr schnell über die Seite verschiebt. Auch den Zoom-Faktor stellt er dabei häufig um. Nun wird Thomas Lanta die Internetseite der Zürcher Kantonalbank vorführen und auf einen Kompromiss in der Navigation aufmerksam machen, die für ihn nur «on mouse over» gut sichtbar ist. Des Weiteren wird er auf ein Bild hinweisen, bei welchem der Alternativtext fehlt. Die Internetseite der Zürcher Kantonalbank ist weitgehend barrierefrei und wurde von der Organisation «Zugang für alle» zertifiziert. Was hat der Alternativtext für euch für eine Bedeutung? Ja, ich sehe ja nicht, ich sehe, gut, da sehe ich jetzt nur, dass es ein Grinder ist, oder? Gut, jetzt kommt er über uns, okay, jetzt weiss er, dass es einfach nur eine Floskel ist. Aber wenn jetzt das eine Gemeinde ist, wo eine Bärne ist, ein Zeitglockenturm, und drei Bilder dazu ist es vielleicht schön, wenn es dann heisst, das ist ein Zeitglockenturm und das andere ist das Bundeshaus, weil je nachdem kann ich mir ja das dann so vergrössern und kann dann vielleicht gleich auch noch einen Eindruck ergattern. Oder? Also gut, das ist jetzt ein Grund, oder? Also wenn jetzt ein Bild wäre von einer Landschaft und so weiter, kann ich mir gleich noch etwas darunter vorstellen. Wenn man von einer Seite spricht, die nicht so gut ist, oder die nicht so vorteilhaft ist, dann sind meistens die grossen Boulevardseite. Das kann das Bild sein, in Deutsch oder auch der Blick. Blick, ich habe das Gefühl, es sei falsch, ich spiele Blick, hast du richtig, oder? Das sind Proportionen von der ganzen Linke und so weiter, das ich dort zurecht finde. Es ist ein Bilderbuch und jeden Tag sieht es wieder anders aus. Also verliert man sehr viel Zeit, sich dort zurecht finden. Also muss ich mir zuerst mal schauen, wie könnte das aufgebaut sein. Und dann muss man irgendwie ins Detail gehen und dann schauen, ob etwas ist, wo ist Doris. Wo ist das für eine Doris? Interessiert mich, Freunde herrscht über die rote Karte. Ja gut, so muss ich mich dann irgendwie durchzummen, ob es etwas hat, was mich interessiert. Ich schaue eigentlich die Seite meistens nur am Sonntag an. Was macht eine Internetseite für sehbehinderte Benutzer gut zugänglich? Der Farbkontrast ist wichtig. Zum Beispiel ist es nicht grundlos, dass Google schlicht und einfach ist. Eine Website sollte ganz einfach schlicht sein. Dann eine leichte Sprache, einfache Sätze, einfache Inhalte. Dann ein Kontrast, gut lesbare Schrift. Dann eine einfache Navigation, die nicht kompliziert ist. Schlicht und einfach. Und es wäre jetzt mal falsch, wenn jetzt einer kommt in die Schweiz und will alles rechts Navigation machen. Bei Usanz ist normalerweise, wenn man die Navigation entweder da oben hat, aber eher links hat. Man fährt eigentlich so an, eine Webseite anzuschauen. Thomas Lanta hat mit einer Handbewegung die übliche Richtung angezeigt, wie Internetbenutzer eine Seite überfliegen. Nämlich von oben links nach unten rechts. Das nächste Thema wird nun die Gestaltung von Formularen auf Webseiten sein, welche anhand des Bestellformulares eines Schweizer Blumengeschäftes erörtert wird. Wie müssen Eingabeformulare auf Internetseiten gestaltet werden? Das Formular, das ist jetzt optimal, den Text und das Formular zum Einfüllen. Je näher das Eingabefeld mit dem Text ist, desto besser. Und mir fällt jetzt auf, es ist selten, dass ich ein Formular sehe, wo das Eingabefeld so nahe beim Text ist. Das hilft, oder? Weil es ist ganz einfach. Wenn ich jetzt diesen grösseren Rahmen brauche und jetzt steht hier Name und ich muss das Doennen einfüllen, dann ist es für mich schwierig, zu wissen, was da drin ist. Man könnte das gerade hier, da, 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 warte, da hätten wir jetzt etwas, da hätten wir jetzt eigentlich etwas, das weit weg ist. Also wenn ich jetzt Postleitzahl da bin, gut, da weiss ich jetzt gerade, dass das nach dem Ort kommt, aber da, das Feld da. Wenn ich da Strasse und Hausnummer, normalerweise komme ich davon aus, dass die Strasse und Hausnummer in einem Feld ist. Während die Off-Stimme das Thema E-Banking einführt, sehen wir, wie Thomas Lander eine Streichliste aus Papier unter ein elektronisches Vergrößerungsgerät legt und die nächste Streichnummer vom LCD-Bildschirm in starker Vergrößerung und inverser Anzeige abliest. Die Streichliste ist die klassische Sicherung des Zugangs zum E-Banking. Sehbehinderte können diese mittels elektronischer Vergrößerung lesen. Die Streichlisten werden zurzeit von den Finanzinstituten durch Taschenrechner-ähnliche Code-Geräte ersetzt. Wie können Sehbehinderte und Blinde mit diesen Geräten umgehen? Die Postfinanz hat die Liste ersetzt und schickt allen Kunden so ein Gerätchen, wo es hier Karten reintun können. Und für Sehbehinderte und Blinde haben es eine spezielle Anfertigung gemacht. Das ist einfach entsprechend grösser, sogar unter das Rett und mit Kopfhörern. Also wenn ich jetzt so eine Karte reintun kann, dann gibt es an und dann kann ich von der Webseite das ist einfach ein sechsstelliger Code ablesen, den hier eingeben und OK drücken und nachher meine PIN, die ich im Kopf habe, reingeben und noch einmal OK drücken. Und dann kann ich auf der Repetiertaste so manchmal den neuen Code, sechs- oder achtstärigen, so manchmal anprüfen lassen, wie ich will. Das ist das, was die normalen Kunden bekommen haben und das ist das Gerätchen. Also weiter. Für Sehbehinderte und Blinde machen Vorleseprogramme, sogenannte Screenreader, den Bildschirminhalt wahrnehmbar. Weg mit dem Klett. Wie ein Klett entwickelt man aber auch diverse Barrieren, vor allem im Internet, die wie ein Schild mit der Ausschrift zu verboten wirken. Apparealer Werkzeug. Microsoft bündelt Kommunikation in einem Postfach. Und wie viel Kommunikation ermöglicht Kontakt... Also im Gegensatz zu einer Blinden tue ich mein Sehrest nur mit meinem Sehrest zu arbeiten. Bloß natürlich mit dem Gehör. Beim Blinden ist das wie eine Welt für sich. Das ist ganz anders, weil der ohne Bildschirminhalt den Bildschirminhalt abschalten kann. Und der kann so surfen. Weil er auf der einen Seite hat er Prellzeilen, wo er genau spüren kann. Das werden wir noch gesehen bei einer anderen Person. Und er kann quasi das wie abtasten mit den Fingern. Kenne ich nicht. Ich habe es schon mehrmals gesehen. Ist sehr eindrücklich. Die Kamera wechselt nun den Standort und ist im Büro des blinden Computerbenutzers Jürg Katomas. Er sitzt in den folgenden Szenen an seinem Pult und arbeitet am PC. Auf dem Pult stehen ein Notebook. Dieses etwas abseits, weil ein Bildschirm für Jürg Katomas unwichtig ist und vor Jürg Katomas eine zusätzliche Tastatur. Diese Tastatur steht auf einem weiteren Peripheriegerät, dem Alva Braille Terminal, welches am vorderen Rand der Tastatur eine Braille-Zeile ausgibt. Jürg Katomas steuert den PC über die Tastatur und liest auf der Braille-Zeile. Geben Sie den Namen eines Procats. E-S-Report. Jürg Katomas, blinder Computer- und Internetbenutzer. Das BDS-Center in D-Drico sind durchs Internet Explorer 21%, 100%. Drücken Sie Eingabe für den Formular Modus von Eingabefeld. Die Hilfsmittel mit Sprachausgabe und Braille-Zeilen schön verfolgen, was läuft. Hürger Link, Welt 2, aufholen von Zeitungen 3. Dann lese mir eben alles vor und ich sehe auf der Braille-Zeile auch noch gerade, was die aktuelle Ziele sind. Das BDS-Center in D-Drico in Höhe verlassen, ausführen, Dialog-Feld geben Sie den Namen eines Procats. E-S-Report. B-B-B-U-S-B-D-V-C-H-Eingabe. Squash-Pied, das BDS-Center in D-Drico Windows Internet Explorer 21%, 100%. Brücken Sie Eingabe für den Formular Modus. Da haben Sie für die erste Verbindung einen Anker gemacht. Und auf den Anker kann ich mit Alt 1 gehen. Auf die zweite Verbindung mit Alt 2. Also, wenn ich das mal weiss, dann kann ich relativ einfach zu dieser Verbindung herkommen. Weil der Screenreader findet es effektiv nicht raus, wo wirklich es interessant ist auf der Seite. Er lese man einfach runter, von oben runter, was auf dem Bildschirm ist. Und das hilft natürlich sehr wenig. Also, da kann ich jetzt mal mit Alt 1. Jetzt bin ich effektiv in der Übersicht von dieser ersten Verbindung. Und jetzt kann ich mit einem speziellen Lesebefehl in dieser Tabelle rumgehen. Und weil es eine Tabelle ist, die günstig gekreiert worden ist, eine Tabelle, die auch Überschriften hat, liste man dann, wenn ich richtig in dieser Tabelle mit einem richtigen Befehl mich bewege, liste man dann auch immer, was oben dran der Inhalt ist, oder was oben dran der Zweck ist von dieser Tabelle, von dieser Spalte, von dieser Zelle. Wenn ich das nicht mache, dann liste man einfach 1.15, 2. 1.15, 2. Aber was ist das? Ist das jetzt 2 Stunden, oder ist das? 1.15, 2. Hingegen, wenn ich so laufe, 2. Bumst, 2. Dann weiß ich, ja, gut mit den guten Bissen, das ist der Umstieg. Während dieser Aufführungen wurden Schrifttafeln eingeblendet, die auf die korrekte HTML-Codierung von Tabellen hinweisen, nämlich, dass die Spaltenköpfe von HTML-Tags TH umschlossen sein müssen, im Gegensatz zu normalen Zellen, die von TD umschlossen sind. Nichtsehende Internetrecherche mit Google Also, jetzt möchte ich wissen, was gibt es für eine andere Möglichkeit im Berner Oberland. Und da ist es wieder schön, ich kann einfach mit Enter die Suche starten, ich muss da nicht x-mal Tab drücken bis der Suche schaltet oder Link. Also, da wird ein Problem. Auch hier wieder ein Problem, er weiss nicht, wo es effektiv spannend ist, es ist nur einige Sekunden gegangen, bis ich überhaupt gewusst habe, da hat es Resultate. Und dann folgen wir an, alle Rekwamen vorzulesen und das ist natürlich extrem schwierig zu finden, wo fangen die effektiven Resultate an. Seit einiger Zeit, vielleicht ein Jahr, haben diese Seiten aber ein bisschen anders gestaltet, nämlich sie haben die Resultate als Überschrift, als Header ausgezeichnet. Das haben sie wahrscheinlich nicht extra wegen uns gemacht, aber es kommt uns sehr zu Nutzen, weil mein Screenreader hat Befehle, um an bestimmte Orte zu kumpen. Zum Beispiel kann ich mit T zur nächsten Tabelle gehen, oder mit H zum nächsten Header als Überschrift. Und ich nehme an, das ist jetzt effektiv die erste Überschrift, die ich gefunden habe nach der Reklame, das wäre jetzt also schon das erste Resultat. Ja, das sieht auch so gut aus. Also dank dem, da auf der Seite Headers eingeführt haben, ist mir Google wesentlich einfacher zugänglich geworden. An dieser Stelle wird eine Schrifttafel eingeblendet. Überschriften sollten im HTML-Code mit den sogenannten Header-Tags, H1, H2 und so weiter ausgezeichnet sein. Eine zweite Möglichkeit, also neben den Anchors mit Headers zu arbeiten, hilft enorm. Und manchmal hat man auch das Gefühl, man müsse dann extra einige Seiten machen für Blinde, nur Text und so. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Man kann eben mit den Massnahmen, die ich gesagt habe, Anchors oder Headers, kann man eine Seite gut lesbar machen. Und es muss gar nicht unbedingt eine Text-only-Variante geben für Sehbehinderte und Blinde. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Die Erzählerstimme im Film gehört Patrick Kappeler. Ich bin Annette Herbst. Die Kamera- und Interviewteams vor Ort waren Giovanni Ferrieri, Stefan Minder, Beatrice Bog und Andreas Klemann. Für das Schlusswort schwenken wir zurück zu Thomas Lanter. Er sitzt immer noch vor seinem PC. Die Kaffeetasse ist in der Zwischenzeit leer. Aber Google-Zugang und dann kommt ihr auf die Website von Stiftung Zugang für alle. Da findet ihr alle Informationen links. Wir haben einen Blog, wo wir auch Erfahrungsberichte von Blinden und Sehbehinderten schreiben, wie wir im Alltag mit dem Zeug umgehen müssen. Und so ist es eben Google Accessibility oder Barrierenfreiheit. Ich finde, das ist voll von Tipps und von... Ja, von Tipps. Das ist voll. Und ich kann einen Ballen sehen.